Volksfeststimmung in Eichstätt. Gleich zum Saisonauftakt gastieren die Amateure des FC Bayern München im Liqui-Moli-Stadion. Der Vizemeister vor der tollen Kulisse von 1.700 Zuschauern natürlich haushoher Favorit, auch wenn Coach Martin Di Micheleis im Vergleich zur Vorsaison viel Qualität und auch Erfahrung verloren hat. Mit dem heimischen VfB im gewohnten Grün hat die blutjunge U23 des Rekordmeisters, bei der Kapitän Timo Kern übrigens der einzige Spieler im Kader über 23 ist, noch eine Rechnung offen. Beim letzten Duell hier im November vergangenen Jahres siegten die Gastgeber mit 3 zu 1. Nicht zuletzt deshalb legten die Gäste auch ohne den verletzten Sturmhoffnungsträger Yusuf Kabadayi gleich los wie die Feuerwehr. Mamin Sanyang läuft sich hier zwar zunächst fest, doch dann übernimmt Lucas Copado und der findet mit ganz viel Gefühl Yun Jun Lee. Der 1,69 Meter große Südkoreaner macht in der 14. Minute per Kopf das erste Saisontor für die kleinen Bayern, die in der Folge direkt aufs 2 zu 0 drückten. Nach etwa einer halben Stunde schaffen es die Hausherren dann besser dagegen zu halten und selbst auch mal Akzente nach vorne zu setzen. Neuzugang Fabian Eberle zielt hier jedoch zu hoch. Auf der anderen Seite versuchten es die Münchner immer wieder über Standards. Emiliano Metu scheitert hier zweimal am gut reagierenden Felix Junghahn, der sich bei der anschließenden Ecke auch gegen David Herold auszeichnen konnte. Dennoch das Geschehen mittlerweile wesentlich ausgeglichener und kurz vor der Pause dann die Mega-Chance zum Ausgleich. FCB-Gaulie Jakob Meyer hier mit einem riskanten Pass, doch Eberle weiter mit zu wenig Zielwasser. Die zweite Halbzeit begann dann quasi mit einer Kopie dieser kuriosen Szene. Nur das Lee den kapitalen Fehlpass von Junghahn dankend annahm und zum 2 zu 0 einschob. In der 56. Minute fast schon die Vorentscheidung in dieser Partie. Zumal die Bayern im Anschluss eigentlich alles unter Kontrolle hatten und Eichstätt wie hier Florian Lamprecht bei diesem Kopfball von Herold nur mit viel Mühe das 0 zu 3 verhindern konnte. Trotzdem tauchte auch der VfB immer mal wieder gefährlich vor dem Gästegehäuse auf, doch dieses blieb vor allem für Rückkehrer Eberle einfach wie vernagelt. Und so holten die Amateure im direkten Gegenzug zum endgültigen K.O.-Schlag aus. Kopado setzt sich gut durch, legt dann quer für Metu und der vollendet überlegt zum 3 zu 0 in der 79. Minute. Den Schlusspunkt setzte dann in der Nachspielzeit Kopado selbst. Erst geht er im Zweikampf mit Alexander Moratz zu Boden und dann verwandelt er den fälligen Elfmeter höchstpersönlich zum 4 zu 0 Endstand. Letztendlich vielleicht um das ein oder andere Tor zu hoch. Ja, im Endeffekt natürlich jetzt eine schöne Watschen. Dass du bei Bayern bestehen kannst, da muss an dem Tag sehr viel passen. Bei uns hat leider sehr wenig gepasst. Wir haben es wirklich teilweise einfach hergeschenkt die Tore. Und dann spätestens mit diesem Absatz beim 4 zu 0 wird es dann natürlich schon bitter hinten raus. Aber ja, an so einem Tag musst du besser spielen, wie wir es getan haben. Ich freue mich unglaublich für dieses Spiel. Wir haben ja die Saison gut gestartet mit einer sehr jungen Kader, mit vielen neuen Spielern. Ja, was soll ich sagen? 0-4 hier zu gewinnen ist nicht einfach. In der letzten Erinnerung haben wir 3-1 verloren. Deswegen haben wir insgesamt in der Zweikampfzeit gut gespielt. Ich glaube, wir sind heute die verdiente Sieger. Die Bayern-Amateure setzen also zum Auftakt gleich mal ein Ausrufezeichen. Und auch wenn zumindest öffentlich der Aufstieg in dieser Saison nicht als erklärtes Ziel ausgegeben wurde, diese Ansammlung von herausragenden Talenten muss man auch dieses Jahr definitiv auf der Rechnung haben. Geroe nach. Musik 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 Musik